Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen mal ein kleines Unboxing Video, denn ich habe mir was bestellt, aber dazu gleich einfach mal mehr. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf, denn ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich mir das so, wie es jetzt ist, ersteigern konnte. Ihr werdet gleich erfahren, was es ist. Wir machen das Ganze einfach mal auf, würde ich mal sagen. Ich hoffe, Belichtung ist okay. Oh ja, das ist ja ein Sahnestückchen hier. Okay, sehr cool. Wir haben hier einmal von Black Butler eine Anime-DVD-Box. Die können wir uns auch gerne mal ein bisschen genauer angucken. Ich drehe das Ganze einfach mal um, dann könnt ihr euch das einfach mal durchlesen. Ähm, genau. Ist noch neu, ist noch original verpackt und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, die sich da so ein bisschen auskennen, wie teuer so Anime-DVD-Boxen neu sind. Und also die kostet mit Sicherheit irgendwie neu, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mindestens über 15 Euro, wenn nicht sogar bei MediaMarkt 30 oder so oder Ü30 Euro. Ihr seht, die ist noch original verschweißt von Kaze. Okay, das ist jetzt die, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo es steht, irgendwo hier ist, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da ist es schon so ein bisschen aufgerissen hier. Da ist es ein bisschen gelöst, sieht man wahrscheinlich, aber ansonsten ist es noch original verschweißt. Also in einem neuwertigen Zustand, ist jetzt von 2015. Das müsste Backbutler Staffel 3 sein oder so. Und wieso stand es da zumindest, aber wir rufen mal kurz das eBay-Angebot auf. Wartet mal kurz. So, und zwar haben wir da einmal das Angebot. Ich habe bezahlt 3,77 Euro plus 2,75 Euro versandt. Und geboten haben das ganze Angebot 4 Leute. Es ist die zweite Box der dritten Staffel. Und also für den Preis, ne, für sagen wir mal 6 Euro, ist das unschlagbar, ne. Man kann bei eBay, wenn man bietet, schon echt Glück haben, muss ich sagen. Und zu dem Preis ist das wirklich total geil. Also ich freue mich ja, eine wunderschöne neue Anime-DVD-Box zu haben. Die kommt natürlich dann in meinen eBay-Shop. So viel kann ich auch schon mal vorweg sagen. Die versuche ich natürlich irgendwie wieder zu verkaufen. Und ja, wenn nicht, dann gucke ich es vielleicht einfach mal selber. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Also ein Opening wird es nicht geben. Aber ja, so viel dazu finde ich mega geil. Okay Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Könnt ihr mir gerne mal was dazu schreiben. Wie findet ihr den Preis? Ist ein Schnapper, finde ich. Ja, bis zum nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.